Verhalten wir denn das, was wir gefunden haben? Oder zum Teil? Oder gar nicht? Oder werden wir jetzt verprügelt? Nee, wir bekommen sogar... Achso. Also sterben ist auch die grausame Art und Weise, um zu sagen, okay, ich hab genug gesammelt. Alles klar. Alles klar. Okay. Ja, ne? So viel dazu. Ging jetzt aber. Wir haben muss gemacht. Ja, ich weiß, da war ich eben, du Held. Pass doch mal auf. Ja, das sind ja nur Kanon-Boote. Die bringen wir ja gar nichts. Ja, die kriegt das alles hin. Huch, das wollte ich gar nicht. Vorbei, wo hätte das denn auch hingehen sollen? Ja, das tut's wohl. Du bist immer noch so ein blödes Kanon-Boot. Das interessiert mich aber auch echt mal so Müll. Hi. Na, es geht so. Ist hier noch irgendwas spannenderes? Ne, alles Kanon-Boote. Jo, alles Kanon-Boote. Okay. Mach mal ne Schnellreise irgendwo anders hin. Wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Was haben wir hier Schönes? Sehen wir da mal hin. Öfters machen und den Rest holen. Ja, das ist doch an und für sich dann ganz gut. Ja, aber dann gehen die unter Wasser Missionen ja noch. Zum Money sammeln. Ist das dann eigentlich gar nicht so schlecht. So, einmal in diese Richtung. Ja, nee. Okay, da wollte ich tatsächlich nicht hin. Ich möchte doch nur zu diesem Ort. Ja, Pokémon Trainer. Das kann sehr gut sein. Oh, warte mal. Da ist ne Kiste, ne? Moment. Die Gier. Die Gier. Der Käpt'n geht schwimmen. Du bist der neue Xen-Bot. Alles klar. Ja, nee. Ich hab ja kein Bot. Ich hätte näher ranfahren sollen. Da werde ich ewig schwimmen müssen. Na ja. Ja, nee. Kein Bot in meinem Chat. Ist ja auch zum Glück nicht notwendig. Hier sind ja keine Trolle unterwegs oder Spammer oder so. Nein, jetzt kein Troll-Spammer. Das muss nicht sein. Ne, generell. Der Chat ist zwar sehr, sehr ruhig hier, aber er ist zumindest auch nicht unfreundlich. Oder beleidigend. Finde ich immer sehr gut. Das ist schön, weil ich dadurch keine Mods brauche. Was haben wir hier noch schönes? Ey. Ich hab ihm nicht mal von der Steuerung her gesagt, er soll da rauf, ne? Das ist einfach so, ja, alles klar. Ah, ich seh schon, da ist was. Da willst du auf jeden Fall rauf, ne? Ist doch so. Ja, 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 ja. Ne, ich brauch kein Bot. Ich mein, was soll er, was soll er machen? Leute nicht timeouten, weil niemand timeouten würdig ist. Ich bin ja sowieso ziemlich gnädig. Würde ich behaupten. Wenn ich da so manch anderen Chat mitbekomme und wie schnell man da getimeoutet wird. Das ist teilweise echt heftig. Ja, genau. So was. Am geilsten sind aber die. Die kommen aber meistens nur, wenn man Minecraft spielt. Im Livestream. Ähm. Die dann sozusagen automatisch. Ähm. Die dann sozusagen automatisch. Ähm. Das ist halt auf so ein, auf so ein Minecraft Livestream gehen. Und dann halt irgendwie so schreiben von wegen, Alter, du bist voll hässlich. So Webcam mäßig. Ich hab aber keine Webcam an. Und dann kam da auf einmal so ein Trollen-Chat und meinte sowas. Was ich dann sehr lustig an und für sich fand. Ey, ich will hier andocken, Mann. Was bist du für ne, was bist du für ne, was bist du für ne Sau. Alter. Komm auf dein Leben klar. Geh mal weg. Auf dein Zeichen, Captain. Das fand ich dann doch sehr amüsant mit dem Troll. Wenn der Troll getrollt wird. Ich wollte eigentlich nur auf den Steg. Aber ist okay. Hallöchen. Na. Huch. Kaum bin ich am Festland. Oder auf der Insel. Wie auch immer. Äh. Fängt es wieder an zu stürmen. Ja, dann machen wir eine ganz kurze Runde hier. Verkaufen. Jackdaw Upgrades. Was kostet mich das gleich? 300. Ich hab immer noch kaum was. Okay, also wir haben das Geld schon lange beisammen. Was wir brauchen. Nur uns fehlt es einfach an Metall. Juhu. Was ist denn hier gerade mit der Ansicht los? Voll am Abnippeln. Einmal umdrehen bitte. Dankeschön. Und dann da hoch. Und dann hier hoch. Döp, döp, döp. Nein. Nein. Ja. 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 So, darf ich hier irgendwie so. Ja. Okay. Seit ich das einmal hatte, dass ich hier runtergesprungen bin und einfach irgendwo aufgeprallt bin. Ohne Fallschaden. Habe ich echt irgendwie immer Schiss, dass das nochmal passiert. Also ohne den Fallschaden war das dann zwar ganz praktisch irgendwie. Aber, äh, ne, dass da halt nichts ist zum Landen und man einfach so am Boden zerschellt. Und alle, die so in der Stadt rumlaufen, denken sich, was war das denn für ein Trottel? Ich meine, das denken die sich ja sowieso schon immer, wenn man irgendwo langklettert. Äh, wo ist es? Da. Ne. Was? Bin ich blöd? Unten drunter? Nein. Wahrscheinlich echt irgendwie kann man hier so rein. Ja, genau das. Und hier ist eine Kiste. Alles klar. Aber eigentlich brauche ich gar kein Geld mehr. Machen wir mal irgendwo eine Schnellreise hin. Irgendwo ein bisschen weiter weg, vielleicht. Hier oben. Oder hier so vielleicht auch. Andreas Island. Ist klar. Das hier ist ein einfaches Gebiet um Nassau rum, ja. Ach, hier steht auch überall, ob es einfach ist. Mittelsch... Ah. Das hattest du mir, glaube ich, auch vorhin gesagt und ich habe es noch nicht richtig verstanden. Ah. Okay. Dann hier hin und ein paar einfache Missionen erledigen. Beziehungsweise ein paar einfache Schiffe kaputt machen mit Metall an Bord. Ja, ja. Äh. Bitte einmal benutzen. Danke schön. Road to the End. Ach so, du meinst so eine Art Hardcore-World. Und dann halt, ja. Weiß ich nicht. Ich bin nicht so der Mega-Fan davon. Ich baue lieber bei Minecraft. Muss ich so ganz langweilig mal gestehen. Also, man kann drüber nachdenken, aber ich glaube nicht. Beziehungsweise... Nee. Moment. Äh. Oder? Was ist das? Der weiße Wal. Ha. Nee. Ich glaube, ich gehe lieber in ein Gebiet, wo es Mittel ist. Weil dann kriegen wir auch direkt die Mengen, die wir so brauchen. Und hier ist einfach. Einfach, 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 einfach. Weil einfach, einfach, einfach ist. Hier ist immer noch einfach. Hier ist Mittel. Ah, hier waren wir doch vorhin schon. Da hatten wir doch automatisch eine gute Wahl. Ich würde sagen, hier ist es am besten an der Festung, weil wenn da so ein großes Schiff kommt, dann wird das einfach zerbombt. Weil wir es können. So. Irgendwas Spannendes. Oder eher weniger. Alter, mach doch diese blöde immer nicht gleich weg. So, Holz, Holz, Holz. Grumenzucker. Ne. Mit euch Gesinde gebe ich mich gar nicht ab. Wäre mal eine Abwechslung. Ja. Ja, kann man machen. Aber ich finde mir sowieso eigentlich relativ viel Verschiedenes. Würde ich behaupten. Was ist denn das da eigentlich, wo wir gerade hinsegeln? Da. Tortuga. Ach Mensch. Ja, auch nach Tortuga, ne? Ja. Ja. So, was ist das da hinten schönes? Holz, Zucker, Stoff. Why you no Metall? Ich brauch doch nur Metall. Ich krieg einfach kein Metall. Das ist so furchtbar. So, erstmal nach Tortuga. Oh, warte mal. Was ist das andere? Dieses Minensymbol. Was ist das denn? So, so. Was liegt da an? Metall! 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 Alle aus der großen Werke! Feuer! Wiederholen und aufkeilen. Alle wollen weg! Feindliches Kumpel! Bereit machen für Aufschlagen! Fliehen nach der Brigatte aus! Verdammte Royal Navy! Feuer! Seine Schiffkräften! Wir wurden zu schier... Affen in uns trimmen! Oh, die hassen uns gerade ein bisschen. Erbt die Trab- und Brabsegel! Feuer! Warten auf dein Zeichen! Laden noch nah! Steuerkämpel, du reißt uns in Stücke! Nein, ich reiße uns nicht in Stücke. Wir haben doch nur in einer Millisekunde irgendwie zwei von drei Balken verloren. Das ist doch nicht in Stücke reißen. Feuer! Feuer! Käpt'n, ein paar Treffer hier und sie bricht. Feiner fertig. Feuer! Da ist sie am schlechtsten, Käpt'n. Feuer! Feuer! Da, Käpt'n! Da sind sie am empfindlichsten! Feuer! Können wir sie entern, Käpt'n? Fein! Feuer! Ah, wir können sie entern. Geil! Yeeeey! Easy! Feieren und Miene hoch und auf! Dieser Schiffstein ist außer Betrieb, Sir! Ja, also Minecraft im Stream ist immer so eine Sache. Habe ich selber schon festgestellt. Mit aller Kraft! Das ist es! Aber grundsätzlich sage ich ja zunächst da an, an, an Zeug nein. Kapau! Was? Hi, Freund. Hi. Ich bin, ich bin, ich bin. So, jetzt muss nur noch der Kapitän sterben. Der ist da hinten, ne? Und tschüss, Kapitän. Der Stream leckt gerade etwas, das liegt glaube ich nicht an mir. Ne, bei mir haben sind keine Frames gedroppt. Ja, repariert direkt auch mal. Da haben wir doch gerade echt ein bisschen auf die Fresse bekommen. Okay. Wir haben Waren erbeutet, mit denen du das Schiff bereit machen zum Aufschlag. Junge. So, wir wollen hier anlegen. Segel setzen, Bewegung! In die Wanden, Segel setzen! Locker trimmen, alle Segel einholen! Komm Segel auf, Kai, auf Segel bergen! So, andocken. An die Felsen andocken. Ja, sehr gut. Hallo Tortuga! Captain ist Außenbord! Kann ich den Ort hier irgendwie übernehmen? Hätte ich gerade voll Bock drauf. Okay, also da ist ein Aussichtspunkt. Hier ist krasses Schwergebiet. Hi! Hey! Hey, stop! Hier ist mein Mann! Allaha! Stop! Hey, dammit! Ich denke, ich kann ihn! Ich habe ihn in meine Seite! Ich habe ihn in meine Seite! Hey, ich habe ihn in meine Seite! Pokémon Trainer, das bringt nichts, wenn ich den Stream neu starte. Das liegt nämlich nicht an mir. Also bei mir droppen keine Frames. So, wenn es an mir liegen würde, dann würde ich das hier sehen. Das ist leider deine Internetverbindung. Es tut mir leid. Wahrscheinlich ist gerade irgendein anderer Stream online gekommen, der mehr Priorität hat. Ey! Ey! So, hi! Ey! Voll unfair! Ey, lass mich drauf stehen! Alter! Voll unfair! Jetzt hör doch mal auf, hier alle zwei Millisekunden Bomben zu werfen! Was ist denn los bei euch? Desynchronisiert? Was ist das denn für ein Sniper? Was ist das denn für ein Sniper? Okay, nochmal! Oh! Hallo Freunde! Tschüss Freunde! Oh, die beiden da hinten interessiert das gar nicht! Und nochmal! Kann ich hier hoch? Nope! Gut. Dann nicht. Wird das Lagerhaus geräumt. Okay. Okay. Yeah. So. Tschüss Glocke. Tschüss Schlüsselträger. So einmal um die Ecke. Schlüssel stehlen. So. Ach das war das Symbol auch. Das ist ja richtig. Raist mal eure Donger. Ach ne den Alarm. Nein. Huch. Schießen die auf einmal? Ich glaube es hackt. Nope. Nope. You shall not. Das Schöne ist, dass ich damit vor allem die ganze Zeit die großen hier kaputt machen kann. Die normalerweise dann ewig dauern würden zum Zerhackstückeln. Deine Internet lässt sich am Stich. Ja das tut mir voll leid aber. Ich kann dir dann leider nicht helfen. Oh ich muss anonym werden. Ja gut. Äh. So kann man aber nun. Äh. Ne 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 ne. Oh da war Metall drin. Oh. So kann man auch. Äh. Anonym werden indem man einfach genau da stehen bleibt wo man entdeckt wurde. Dann wartet man. Und dann ist alles cool. So funktioniert das. Oh eine richtige Leiter die man so richtig besteigen kann. Und man hat besteigen gesagt. So. Auf die andere Seite. Ne. Du siehst mich nicht. Tschüss. Tschüss. Tschüss Freunde. Bleib stehen. Oder geh aus der Sicht. Auch gut. Oh da ist einer. Oh das ist kein Gegner. Das ist nur ein armer kleiner Sklave. Hi. Tschüss. Werft doch so viele Bomben wie ihr Bock habt. Ich bin auf dem fucking Turm. Sofern keine Bombenwerftsniper seid. Kann mich das mal echt. Null interessieren. Darf ich hoch? Danke. Die Welt ist schön. Oder so. Okay. Fein. Ich finde es witzig. Dass man teilweise echt eine spezielle Aktion durchführen muss. Um diese Animus Fragmente zu bekommen. Geld. Rauchbomben. Wir haben übrigens over 9000 Geld. Ist auch immer gut. Was? Ich? Ich? Ach Quatsch. Hi Freund. Tschüss Freund. Moment. So. Wo ist denn noch die Kiste eigentlich? Achso. Wahrscheinlich eine Ebene höher. Also zwei Ebenen. So. Hi Freund. Na. Du darfst jetzt schlafen. Oh wir haben den goldenen Kompass gefunden. Ja Mensch. Äh. Gut. Tschüss. Ich habe gerade voll die coole Idee. Pass auf. Da unten läuft doch so ein Typ lang. Wo ist er? Da hinten. So geil. Und tschüss. Was ist das da hinten für ein Symbol? Das kenne ich gar nicht. Oh. Was ist das? Muss man da hochklettern? Ach. Das war das mit dieser Sicht. Ne? Oh. Oh. So. Ne. Ah so. Ah. Ah. Meins, 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 meins. Achso. Wenn ich alle habe. Ja gut. Okay. Aber ich werde nicht alle fahren glaube ich. Das ist mir wieder zu nervig. Ich will doch nur das Spiel durchspielen. Und nicht auf 100%. Moment. So. Mehr Truhen. Okay. Ich glaube das reicht jetzt aber auch an Tortuga Action. Äh. Ist hier irgendwo ein Boot? Äh. Bin ich denn gerade eigentlich? Ach hier. Ah da ist ein Boot. Ach.